Hallo zusammen, wir haben hier einen Nisman Bischof und hier haben wir, hier unten sehen wir das Batteriefach, hier jetzt alles noch abgedeckt mit Karton. Wir haben hier drei Lithium-Eisen-Phosphat eingebaut, also zwei seht ihr hier und die dritte, wenn ich hier im Loch drin setze, ist hier hinten. Hier hinten ist ein WCS-Solarregler, hier fehlen jetzt noch die Batterieabdeckungen, ja dreimal 150 AH Lithium-Eisen-Phosphat, ja das Wohnmobil, wie man sich gewohnt ist, in einer sehr guten Qualität von Nisman Bischof, da weiß man was man hat. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, eingebaut, ersetzt und ich wünsche euch einen schönen Tag.